Justef heiße ich. Ich habe die besten Pferde von Berlin. Jedenfalls hat der Ober Veterinärrat gesagt. Er hat gesagt, wenn Sie gesunde Tiere lehnen wollen, dann gehen Sie zu Justef Hackendahl. Der Mann hat Ahnung von den Tieren. Wo hast du mein Geld? Wo da stehst du? Na schnappst du da Uhren? Versäufst du mit denen mein Geld? Ich bin dir Frieden. Wer steckt da an dir ein? Komm, mach ich. Erzähl. Erzähl. Ich habe wenig Zeit. Ich muss nämlich Geld verdienen. Für meinen Herrn Sohn. So versäufst du. So verhuren. Euch war Otto eben nie genug. Aber mein Otto. Ja, mein Otto. Nicht euer Otto, zu dem ihr ihn gemacht habt. Ihr Hackendahls. Ihr mit eurem Vater. Eisernder Gustav. Wahrhaftig. Der Schimmel. Ist wie lieber. Vater. Was redest du denn da? Ich zuckle ganz in Ruhe. Der Tierjartenstraße runter. Und der Herr Kommerzienrat, der hat noch gesagt, aber bitte keine Wettfahrt, Hackendahl, keine Wettfahrt. Und auf Ema überholt man seinen Sohn mit diesen Automobils. Und wie er auf meine Höhe ist, da hupt der. Nee. Doch. Und der Jaul prescht die Linden runter im Schweinegalopp. Und der immer nebenher immer gehut. Gehut und legt die Linden runter. Aber ich war schneller. Vater. Dafür kann man einen Strafzettel kriegen. Das hat der Polizei auch gesagt.